Das AfD-Europa-Wahlprogramm in 99 Sekunden. Los geht's! Ein gemeinsamer Wirtschaftsraum mit schlanker Verwaltung. Von der Idee der EU ist wenig übrig geblieben. 44.000 Beamte kosten jedes Jahr 8 Milliarden Euro. Jeder Elfte davon verdient sogar mehr als die deutsche Bundeskanzlerin. Die AfD will Europa und EU wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir brauchen ein Europa der Vaterländer, kein regulierungswütiges EU-Parlament oder gar ein Superstaat mit eigener Armee. Nicht anonyme Bürokraten sollen entscheiden, sondern wir Bürger, die mit der Entscheidung leben müssen. Ansonsten muss das Experiment EU als gescheitert betrachtet werden. Eine Rückkehr zu nationalen Währungen könnte die Hälfte aller EU-Probleme auf einen Schlag lösen. Darum Schluss mit der Transferunion und keine deutsche Haftung für EU-Banken. Wir wollen den Mittelstand stärken und funktionierende Industrien erhalten. Strom und Mobilität müssen für alle bezahlbar sein. Deshalb fordern wir einen breiten Energiemix, fairen Wettbewerb und nachvollziehbare Grenzwerte. In der Asylpolitik sind wir für Realismus statt wirklichkeitsfremder Ideologien. Keine Masseneinwanderung, keine Aufnahmequoten, sondern konsequente Rückführung und Hilfe vor Ort. Jedes Land soll seine Grenzen kontrollieren dürfen und selbst entscheiden, wen es reinlässt. Auch innerhalb der EU. Sozialhilfe und Kindergeldbetrug zeigen wir die rote Karte. Fachkräfte aus dem Ausland sind willkommen, dürfen aber nicht zu Lohndumping führen. Die Scharia lehnen wir als unvereinbar mit den europäischen Grundwerten ab. Die demografische Krise wird durch Zuwanderung nicht gelöst, sondern verschärft. Die AfD will Familien und Geburten fördern. Wir wenden uns gegen die Diskriminierung traditioneller Geschlechterrollen und lehnen Gender-Mainstreaming als pseudowissenschaftlich ab. Quoten haben an Schulen und Unis genauso wenig verloren wie Zensur, Uploadfilter und DSGVO im Internet. Das war das AfD-Europawahlprogramm in 99 Sekunden. Sie wollen noch mehr erfahren? Jetzt unser komplettes Programm für die Europawahl am 26. Mai anschauen unter www.afd.de-europawahl.